Musik Josef Weid von Pasing TV. Ich bin einer neuen kleinen Skandalgeschichte hier in Pasing auf der Spur. Wir befinden uns auf dem ehemaligen Weil-Gelände, der ehemalige Schandfleck von Pasing, der jahrzehntelang wegen Kontaminierung immer wieder in die Schlagzeilen kam. Jetzt steht hier ein toller Gebäudekomplex und der Projektleiter dieses Projekts ist Heinz-Helmut Mehring, der uns jetzt eine Geschichte erzählt, von der Sie vielleicht noch gar nichts wissen. Ja, in der Tat. Also hier sollte ein Radweg entstehen und zwar ein durchgehender Radweg mit Überquerung der Offenbachstraße. Wie man hier sieht, ist das zurzeit nicht der Fall. Die Stadt München hat zwar das Brückenbauwerk einklassifiziert unter Priorität 1, aber ob es jetzt in absehbarer Zeit zur Realisierung kommen wird, steht in den Sternen. Fakt ist, dass wir hinter uns eine Anbindung an der Nusselstraße haben und die ist leider gefahrenträchtig. Also wir befinden uns hier an der Kreuzung Offenbachstraße, Nusselstraße. Zu meiner linken ist der Radweg zu sehen und zu meiner rechten Blick in die Offenbachstraße. Gerade aus der Nusselstraße hier verkehren täglich 12.000 bis 14.000 Fahrzeuge. Diese Kreuzung und man stelle sich vor, wir haben dann den Radweg hier in Betrieb. Die Radler kommen von der Seite, von dort hinten, von der Nordseite her kommen die Schulkinder morgens an. Die Kreuzung hat eine ganz kurze Ampelschaltung. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Möglicherweise sind sogar Unfälle vorprogrammiert. Es sieht aus wie ein Radweg, ist aber kein Radweg. Es ist die Zufahrt zur Grundwassersanierung, Anlage des ehemaligen Weihgeländes. Circa 250 Meter entfernt ist der Bahnhof Pasing. Hinter mir ist die Stelle, wo die Stadt München gemäß Bebauungsplan 879a verpflichtet ist, eine Überführung zu bauen für die Fußgänger und für die Radfahrer. Und auf der anderen Seite ist die Nimmerfallstraße zu sehen und dort würde die Brücke enden. Und in der Flucht hinter uns sieht man den vorläufigen Weg, der zum Bahnhof führen wird. Aber der endet irgendwann im Nirwana, oder? Ja, momentan noch im Nirwana. Aber auf jeden Fall soll definitiv kein Anschluss an den Fahrradtunnel stattfinden. Und das ist das nächste Problem, das sich auftun wird. Das heißt, damit hier tatsächlich ein durchgehender Fahrradschnellweg oder eine Fahrradautobahn, wie man das gerne nennt, tatsächlich vom Münchner Hauptbahnhof zum Pasinger Bahnhof stattfindet, muss unbedingt diese Brücke hier entstehen, sonst ist das einfach nicht fertig. Richtig. Ganz einfach richtig. Ja, jetzt können Sie sich ein Bild darüber machen und auch mal verfolgen, wie diese Geschichte weitergeht. Die Brücke muss gebaut werden, sonst ist es hier einfach zu gefährlich. Der Radweg kommt jetzt hier entlang der Bahn auf einer Breite von ungefähr vier bis fünf Metern an und verlagert sich dann weiter und endet dann weiter in Höhe des Fahrradtunnels entlang der Bahn. Nun nebenbei bemerkt, das Gelände, wie es jetzt hier aussieht, so bleibt es nicht. Es wird natürlich auch noch bebaut. Wahrscheinlich ab Mai nächsten Jahres entsteht hier noch der Rest des Ensembles. Es wird weitergebaut und hier wird höchstwahrscheinlich ein Studentenwohnheim entstehen. So, an dieser Stelle endet jetzt der Radweg über das Weihgelände und zwar präzise hier am Fußweg. Und wie man unschwer erkennen kann, findet damit keine Anbindung an den Fahrradtunnel statt, der nur mit einer Treppe hier begleitet ist. Und auf der anderen Seite, direkt daneben, ist die Bushaltestelle. Das war Josef Weid von PassingTV, hier vom Projekt der fehlenden Brücke auf dem ehemaligen und am ehemaligen Weilgelände. Herzlichen Dank, Herr Mehring und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Servus. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020